hallo und herzlich willkommen um sie zwei heute fahren wir die strecke x10 berlin linie 285 von der wuppstraße bis zum waldfriedhof die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wupperstraße Wupperstraße Hallo! 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 Ich brauche eine Kurzwecke bitte! Vielen Dank! 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 Hallo! Guten Tag! Hallo! Hallo! Vielen Dank! 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 Tschüss! 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 isée Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Hallo. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Hallo. Schweizer Hofpark. Hallo. 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 S-Bahn 110 Dorf. Hallo. 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 Gleiche anstrasse. 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 U-Bahnhof Oscar-Heleneheim. Gleiche anstrasse. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.